Mit dem Xerion hatte Klaas 1997 ein revolutionäres Schlepperkonzept ins Rennen geschickt. Die zweite Generation markierte ab 2004 den Übergang von Perkins auf Caterpillar-Motoren und vom hauseigenen HM8-Getriebe auf das ebenfalls stufenlose ZF-Ecom 3.5. Zum Xerion 3300 gesellte sich 2007 der hier gezeigte Xerion 3800 mit 379 PS Maximalleistung bei 1700 Umdrehungen pro Minute. In der Basisausführung TRAC war die Kabine der Kabel der Kabel der Kabel der Kabel der Kabel. Die Kabine fest in Fahrzeugmitte aufgebaut. Der Saddle-TRAC verfügte über eine Frontkabine und das Fahrerhaus des TRAC-VC ließ sich hydraulisch von der Mitte an den Bug versetzen. Der hier vorliegende Einsatz fordert weniger die Vielseitigkeit als vielmehr die schiere Zugkraft des über 10 Tonnen schweren Fahrzeuges. Das Tridem-Aufsattelfass des niederländischen Herstellers KW Co. hat ein Fassungsvermögen von 30 Kubikmetern. Auch hier wird die Gülle per LKW zum Feldrand transportiert. Die Einarbeitung der Gülle übernimmt der Landwirt selbst. Die Schöpfung der Gülle übernimmt diealal teams. Vielen Dank. Mit dem Xerion 5000 präsentierte Klaas auf der Agritechniker 2009 einen Meilenstein der deutschen Landtechnikgeschichte. Erstmals durchbrach ein Ackerschlepper aus heimischer Produktion die 500 PS Schallmauer. Mit maximal 524 PS, generiert aus einem 12,5 Liter großen Caterpillar Sechszylinder, stieß der Xerion 5000 den legendären Schlüter Profitruck 5000 TVL nach über 30 Jahren vom Thron des stärksten deutschen Schleppers aller Zeiten. Das stufenlose Getriebe entstammt wie beim eben gezeigten Xerion 3800 der Ecom-Familie von ZF. Seit 2014 wird das Klaas-Flaggschiff mit einem 530 PS starken Mercedes-Motor gebaut. Das Eigengewicht wird je nach Ausführung mit 13,4 bis 16,6 Tonnen beziffert. Der Drei-Balken-Grubber Tiger 8L stammt von der Firma Horsch aus dem oberpfälzischen Schwandorf. Mit 30 Zentimetern Strichabstand und 7,5 Metern Arbeitsbreite ist er sehr wohl in der Lage, die üppigen Kraftreserven des Xerion 5000 abzufordern. Eingebracht wird hier Kali-AS-Flüssigdünger. Bisher arbeitete Firma Bollmer mit einem nachlaufenden Koffertank, der nun aufgesattelt mitgeführt wird. Kali-AS-Flüssigdünger Kali-AS-Flüssigdünger